Wie geh ich jetzt denn? Oh! Also vorsichtig gehen. Was war nochmal mit vorsichtig? Ich wollte schnell! Schnell und sicher! Ja! Hab ich gesehen! Übrigens diese Platte da hinten, ne? Ich auch! Schön! Hä? Wie sollen wir das denn lassen? Aufzug! Er installiert glaube ich gerade Windows oder so. Deswegen braucht es... Hä? Windows? Alles gut! Äh... Ich wollte diese Geräusche fucking ab, ey! Ja... Alter, das kann doch nicht mit dem Kampf zusammen, ne? Oh! Junge! Hier fällt Loot von der Decke! Oh! Komm! Der! Oh! Nei! Oh! Man, das habe ich eh geанием gemacht. Oh! 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 größere. Alter, die werden alle... Oh! Geh! Die schießen ja! Alles klar, man. Dabei kannst du auch nur so langsam laufen, als wärst du dir die Rosen gekackt. Du siehst so aus, als ob du stinken würdest. Ja. Bei mir war alles gut. So, wenn dir jetzt nochmal Gegner kommen, ist das Spiel echt kreativ. Alles brennt! Okay. Was ist das denn? Noch einer! Junge, Junge. Alter, hast ja... Ja! Wie viel denn noch? Äh, ähm... Hä? Wie viele kommen denn noch? Meine Waffe ist schlecht. Ihh! Alter! Hä? Hä? Ich bin einfach weggeschleudert! Ich glaube, ich hab grad auf das Pfeil geschossen und es ist vor dir explodiert. Ja! Ja! Alter! Das ist natürlich teamarbeit. Halle! Scheiße! Achtung! Äh, wo? Nein! Nicht! Nicht! Oh! Nein! Nein! Oh! Nachladen! Ich muss nachladen! Da kommt noch... Da ein... Da hinten auch! Oh! Nein! Nachladen! Oh! Oh! Nachladen! Oh! 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 Hey, wie viele kommen da denn noch? Was ist denn los? Ich glaube wir haben es geschafft. Aber... Woh! Schön viel Loot! Jo. Immerhin! Been ein noch heilen, und dann müssen wir hierdurch. ich schicke ihnen jetzt den entschlüsselungscode war das alles ich bearbeite die nachricht damit versetze post da finde ich besser vor dem verstreckungsbefehl zu verstecken ihre forschung könnte der schlüssel zu allem hier aber warum ein säuberungsbefehl wenn dabei ein solch wichtiges geheimnis zerstört wird vielleicht panik oder sie wussten etwas dass wir nicht wissen danke fürs nachsehen das könnte uns noch nützlich sein ich bin auch noch hier weg schreiben wir müssen den lustlord fragen der kanäle beantworten was wir sind ja fertig doch mal ein maschinen ja komm ich glaube es ist immer gut wenn so einer von uns so ein wolfram ding bei sich hat was ist ein rollfarm ding ja ist das torquist stange aus wolfram ja ich mache noch eine wir hast nur deine waffen jetzt so explosiv verbessert ich weiß ich hatte ein explosions modul im unteren tool unteren hier denn noch steht mir der wolfram alter ich habe 75 74 wolfram wieso habe ich nur 74 wieso fehlt über 1 egal alles gut ich habe mein wolfram halt jetzt für diese stangen ausgegeben damit wir mehr loot bekommen das heißt du hast bessere waffen du musst mir den arsch freihalten inzwischen nicht so wie es die ganze zeit andersrum war das ist eine anzug station herr wo bist du oben rick upgrade ja nimm dir doch den n7 anzug dann ist gut ja der ist übrigens gut der anzug kann ich nur empfehlen warte ich blätter mal um eva 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 vielleicht ist der anzug ja von ihr inspiriert das kann ich nicht sagen ja weiß ja nicht ich hatte nie so viel sechs schreiben mit der gemacht panzer um fünf prozent naja wenn wir doch mal upgraden naja können wir doch mal upgraden und luft upgrade ok da könnte ich ja ok machen wir es einfach so jetzt habe ich unendlich luft einmal luft upgrade 8 vielleicht werden die anderen sachen besser gewesen aber egal vermutlich aus hier aus dem hof ich habe gedacht das wäre ein snack automat ach so ja ich habe jetzt 418 sekunden luft übrigens ich dachte es wäre unendlich das war ausgedacht lel das lauter zeug ne aber nur munition nichts besonderes eben haben wir hier vielleicht noch auf irgendeine plattform was was haben wir hier das geht auf kann ich da rein da rein da rein bist du fett dafür komm nicht durch ich hätte wohl keinen ofenkäse vorher essen sollen ja aber warum kann man das auch schießen aber nicht da rein hm das ist eine Deku O2 hier hinten ist auch nichts ok wo müssen wir hin ja hier hin da hinten ne hm sonst ist hier nicht mehr unbedingt was mal kurz nach da unten fliegen ich habe ja eh mehr luft als du hm oh da kommen Gegner raus hier Dankeschön oh da ist ja noch einer ich habe gedacht der wäre nur Deku so hier kann man glaube ich rein fliegen aber es ist wieder einmal eine unsichtbare wand vorzufinden okay oh oh der ist tot hier scheint wieder nichts zu sein komisch hm da ist ja noch einer noch einer unten alter die kommen ja hier überall raus ich glaube die kommen halt permanent einfach kann auch sein will das spiel uns das damit sagen ja dass das hier falsch ist dann haben wir mal ab ähm weg ja hier langs zu den Sternen musst du fliegen hey da hinten ich sah hoch 。」 ich sehe Da müssen wir hin. Echt? Ja, gut. The Love Boat. Ja, geil. Das ist bestimmt die Hauptmission, oder? Ja, den Rest haben wir ja schon erkundet gehabt. So, raus. Was ist das hier? Dann kann ich hier raus. B. Okay, B bei dir nicht. Ich bin in der Terranova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, hier haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass der Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss nur noch detaillierte Aufzeichnungen geben. Ich seh nicht mal im Schiff. Aber ich will da lang. Aber das heißt doch Lell. Lell. Sorry. Interessant. Ich glaube, da hinten sind Gegner. Meinst du? Da blinkt irgendwas rot. Ich lege da mal drauf zu, was da so passiert. Ach, das war das nicht Minen? Oh, nee. Dafür sehen die irgendwie zuhören. Ähm... Wie war das noch? Ja, ich hab's ja souverän überlebt. Hä? Du wirst... Angegriffen von dir? Angegriffen von dir? Ach, bei diesen ekligen Dingern. Ja, die Popel wieder. Pickel, Pickel. Ah, die Minen fliegen ja auf einen zu. So, die Pickel habe ich zerstört. Ja, da kamen immer wieder neue raus. Au! Hä? Da sind noch mehr. Ja, die kommen ja mal wieder da neu raus. Das ist wie Herpes. So ein halber. Komm raus. So, kleine Umfrage, ne? Hättest du lieber Genital oder lieber Lippenherpes? Äh... Gut. Ich meine, guck mal, du musst es so sehen. Genitalherpes sieht keiner, dass du das hast. Aber Lippenherpes sieht halt jeder, dass du Lippenherpes hast, ne? Die Sache ist, wenn du mit einer Mulle dann Aktivitäten haben willst, dann sieht man es ja. Ja, aber das hat man ja sowieso nicht. Stimmt. Ich fliege übrigens zu den Zielen, ne? Wo wir hinfliegen müssen. Ja, ich komme zurück. Aber Genitalherpes ist auch schon ein bisschen ekliger, finde ich. Ja, schon. Das ist da. Achso. Hast du noch genug Sauerstoff? Ja, ja, ja. Keine Sorge. Weil ich bin ja hier der Überlebens-Experte, oder? Ihr grills? Ja. Drunk your own piss. Was ist das denn hier? Hä? Ich bin doch da wieder, wo ich am Anfang war. Geil. Oh. Zack. Komm mal. Alles gut. Alles super. So, also ich nehme lieber Genitalherpes. Ja? Ja. Ja. Würde ich auch. Badstation finden. Guck mal. Kapitel 5 sind wir. Ist das viel? Weiß nicht. Hört sich viel an, irgendwie. Dafür, dass wir schon so wenig Macht haben. Hier ist ein Aufzug. Ja. Ohne dich. Oh, es gibt mehrere Stöcke. Ah ja? Ah ja? Ah ja, ja. Welchen nimmst du denn? Wir können uns zwischen 1 und 2 erstmal wählen. Ach so. Ja. Der dritte war red. So wie Apo. Na gut. Also im Photoshop. Ja. Gut. Hier kriegt mein Anzug anders aus, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Meiner sieht anders aus. Ich verstehe nicht, warum du einen anderen Anzug geschenkt bekommst und ich nicht. Ja, weil ich privilegiert bin. Nein. Du willst nur der Nebencharakter, was? Geben. Will dir nichts geben. Ich denke, das Spiel. Achtung. Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Ich glaube, wir sind hier im Cockpit, oder? Das sieht ganz so aus. Hier läuft Musik. Hier geht's hoch und da sollen wir auch lang. Ah, da ist ein Scarf-Artefakt. Alter, ich finde ja jedes Artefakt, Mann. Schon klar, Schätzchen. Reto-Schub aktiviert. Oho. Oho. Inventar ist voll. Oho. Kurzschluss initiieren. Moment. Moment. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Mein Inventar ist einfach voll. Äh, wie kann ich noch was trocken? Äh, in dem entfernen. So viel Stase-Paket wäre auch noch. Ja, ich schmeiße mal meine Mini-Packs weg, die brauche ich ja schließlich nicht. Hast du den Chip rausgenommen? Ja. Bin jetzt im Inventar. Ich hoffe. Ja, okay. Ja, okay. Weil mir wurde es nicht angezeigt. Wurtschluss, oder was? Wie geht das denn? Ach, komm, kein Rätsel. Drehe. Vor allem, ich muss, bei mir wird das, äh, die Erklärung für das Rätsel angezeigt, ne? Das ist wahr oder falsch? Ähm, drehe langsam für blaue Schwachstellen und drücke A. Dreh doch A. Dreh doch A. Dreh doch A. Dreh doch A. Dreh doch. Vielen Dank.